Die FIDOR Smartcard beantragen Sie, indem Sie zuerst mal eingeloggt sind im FIDOR Banking. Dann wechseln Sie auf den Cash Manager, scrollen etwas nach unten zu Karten und dann auf Jetzt bestellen. Sie sehen die beiden Karten zur Auswahl und wir wollen natürlich die Smartcard auswählen, die rechte Seite, die schwarze Karte. Das andere linke, das grüne, ist ja die Prepaid-Karte. Und hier müssen jetzt alle Häkchen gesetzt werden, damit die Bestellung weitergehen kann. Und dann klicken Sie auf Jetzt bestellen. Zur Sicherheit wird dann nochmal eine M-TAN eingegeben, die bekommen Sie auf Ihr Smartphone oder auf Ihr Handy zugeschickt. Und jetzt nur noch mit einem Klick bestätigen. Wunderbar, das hat geklappt. Die Kartenbestellung ist erfolgreich durchgeführt worden und Sie werden in Kürze eine E-Mail erhalten, die Sie über Ihren Bestellstatus informiert. Diesen können Sie auch hier online einsehen. Und das war's zur Kartenbestellung. Vielen Dank.